Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Übung des Tages. Wir befinden uns wie immer auf der Wiese hinter meinem Zuhause und heute habe ich euch eine Mobilisierungsübung mitgebracht und zwar für die Schulterblätter. Durch das viele Sitzen ist momentan der ganze Schultergürtel sehr stark verspannt. Machen wir sie gemeinsam. Wir nehmen die Arme nach vorne, drehen die Hände nach außen und überkreuzen die Hände. Schauen wir, dass die Schultern tief sind und versuchen jetzt die Arme nach vor und nach hinten zu bewegen. Aus den Schultern rausziehen und nach hinten die Schulterblätter zueinander bringen. Dabei achten wir die ganze Zeit darauf, dass die Schultern tief bleiben. Ich kann das im Stehen, ich kann es im Sitzen, ich kann es auch im Liegen machen. Wichtig ist, dass die Bewegung immer vor und rück geht. Eine Variante davon ist, dass ich sie in alle Richtungen mache. Immer Bewegung vor und rück in alle Höhen und auch zur Seite. Schultern bleiben aber die ganze Zeit tief. Macht es fleißig und eure Schultern werden es euch danken. Viel Spaß bei der Übung und in dem Sinne, wir bleiben zu Hause. Bleibt es auch Esterhorn. Das war's nicht. Dr. Untertitelung des ZDF, 2020